Moin Leute, hier zurück bei Prey. Ja, jetzt hängen wir hier im Arbatorium, wo die das Ding heißt, hier rum. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was abgeht. Wir schauen erstmal meine Missionsziele an. Die Schlüssel zum Königreich muss ich ja noch hol dir Alex Zündschlüssel im Arboretum. So, Alex versteckt sich, bis Dahl und seine Techniker ausgestattet sind. Okay, dann habe ich den Neben- oder nächste Hope Quest hier, der Repro-Man. Oh, Repro-Man, ja, Repro-Man. Verschafft den Zugang zu Dahls Kommando-Shuttle. Ja, steht da alles. Dann habe ich noch zwölf Nebenaufträge hier am Laufen. Recht viele leider. So, mhm, mhm. Ist sich gerade wenig noch ein Nebenaufträge, aber gut. Mal gucken, wie weit ich jetzt hier kommen und was abgeht. Ich schau mal. Vielleicht, äh, ich jetzt hier einfach nur doof in der Gegend rum, kann auch passieren. Aber dann ist das so. So, sieben Waffen-Upgrades, aber ich habe es leider, glaube ich, habe das Falsche freigeschaltet. Äh, ich hätte, glaube ich, Waffen-Spiel 2 freischalten müssen. Da fehlen mir jetzt noch zwei Neuro-Mods. Da hätte ich noch Waffen freischalten müssen, so Mist. Naja, passiert, ne? So, gehen wir erstmal weiter. Also, hier würde ich eigentlich auch noch hin. Wasserregulator ist nie im Quest. Morgen. Dahl wird wissen, dass sie kommen. Das Trendstar-Personal ist mit Tracking-Armbändern ausgestattet. Oh, die können die Armbänder auch irgendwo. Seine Operator sind zweifelsohne schon unterwegs, um sie zu retten. Die Armbänder werden in der Datenzentrale angelegt und entfernt. Untersuchen Sie das, falls Sie unentdeckt bleiben möchten. Was soll ich machen? Direkt wieder in dein Tracking-Armband, Datenzentrale. Hä, wo soll ich noch überall hin? Ist überall noch was offen. Ich gehe jetzt aber erstmal da rein, zu Wasserregulatur. Mann, ich kann nicht mehr reden, heute. Ist viel zu warm draußen. Ist eigentlich viel zu warm draußen, um zu zocken, um ehrlich zu sein. Aber, ich kann es trotzdem. Dufe euch. Was ist denn hier? What the fuck? What the fuck? So, jetzt muss ich mir hier irgendwie reinkommen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob du hier wirst. Ich werde es sehen. Speierpunkt habe ich noch nicht gesetzt. Aber ich weiß, ob es hier gut ist oder nicht. Wie gesagt, es ist auch verdammt warm, wenn es mal heiß ist. Unkonzentriert, das umgeht nicht mehr. Aber so ist der Sommer. Aber ist auch schön. So, Gewässeranlagen, Entriegeltüren. Nein. Spiegel aktiviert. So, ich spare jetzt noch etwas. Aber ich spare jetzt mal irgendwo anders. Warte mal. So. Was passiert denn überhaupt hier? Was ist das denn los? Alles dreht ja am Rad hier. Mann, wer grillt mich denn hier? Wir brauchen mal da. Mann, wer grillt mich denn hier? Schreie, wir brauchen zum Einsatz. Dann machen Sie die Öffnung ab. Jo, es kommt noch einer. Ich muss ja ihn neu laden. Wir laden drauf. Verdammt. Scheiße, ich habe ihn drauf. Wie kriege ich die am besten geputt? Ich weiß es nicht. EMP wahrscheinlich. Ich muss ja mal gucken, wie ich die am besten geputut kriege. Dann machen Sie die Öffnung ab. Ich machs gleich mal eben Die gehen einem voll aufm Senkel hier Aber die kämpfen halt auch gegen den Weg Was geht hier ab? Ich seh nix, nein nicht verlieren, öffnen Alter Ich brauch noch eine andere Waffe Ich kann ja auch mal probieren MCN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz Bitte machen Sie die Öffnung frei Was? Alter was ist es hier los? Ich bin gleich tot Da ist die auf mich schießt Was ist hier los? Oh Nicht speichern Nicht lege Das speicher hat verdammt Okay Ich hab sogar an der falschen Stelle gespeichert Ich dreh gleich durch Ich dreh gleich durch Immer vorigen Spielstand Das geht so nicht Sorry Leute Das geht so nicht Aber das ist halt Autonormalverbraucherspiel Hier Was ist mit Oh Mann ey Jo ist klar Fick dich Hab ich nicht gesagt, aber ist so Mann Gibt's nicht ey Ich brauch da jetzt irgendwie ein Ersatzteil Musst du gleich bei den Leichen irgendwo suchen Bitte machen Sie die Öffnung frei So Jetzt müssen wir die Konzentration hier ey So Ich geh mal hier rein hier Mal gucken hier Mal schauen hier Mal gucken Wird schon wieder gequält Jetzt wird gespeichert Was hab ich denn gerade alles aufgenommen Hab ich irgendwas aufgenommen was ich gebrauchen kann hier? Ne Ich glaube nichts Was soll ich denn Koch den Kram hier finden? Nein Hol dir den Wasserregulator aus dem Gewächshaus NCN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz Bitte machen Sie die Öffnung frei Das hat er gerade hier Bespeichert haben wir das hat er gerade hier Ein paar Obstdinger mitnehmen hier Ihr kennt denn die ganzen gegeneinander da oben Na gut für mich aber Boah Soll ich jetzt nicht sehen das Ding Telepath Wo ist denn hier der Wasserregulator? Wo soll ich den denn holen? Oh shit Ok Okay Neue PSIL Fähigkeit verfügbar Neue PSIL-Fähigkeit verfügbar Toll, ich kann nix machen oder was? Ja, ist ja super. Speichern nochmal eben. Oh, jetzt kommt die wieder. Ja, ne? Speichern schon so ein bisschen mehr hier. Wir sind. Wup, 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 wup. Ja, ich muss jetzt noch verpisen hier. Das stelle ich hier. Ah, was machst du da? Geht raus aus dem Menü. Hier war ich aber schon links drin. Ne, das hab ich aber schon alles. Ja, Leute. Ich weiß grad nicht. Echt, das war grad nicht so gut, was ich gemacht habe. Ich bin grad sehr irritiert. Ich weiß grad nicht, wo ich hin soll. Das ist echt nicht einfach. Also, ich muss auf jeden Fall aus dem Gebiet raus. Da sind überall Einheiten, ey. Die kommen überhaupt nicht mehr raus, hier. Das ist schon so geil. Mit dieser Scheiß, Scheiß hier.. Wasserregulator-Kackmist hier. Komm ihn mal, ey.. Alter, lass mich hier raus. Lass mich hier raus! Woah, Tür, Alter. Lass mich in Ruhe, Alter. Ja, ist auch zu warm hier oben im Zimmer. Da werde ich mich grantig hier. Läuft gar nicht. Ich hab's hier. Ab dem Nerven. Machst du mal die Tür auf? Wirst du mich verarschen? Oh, was ist denn das hier? Oh Mann. Keine Konzentration, Leute. Null Konzentration hier. Wasserregulator ist immer noch... Muss ich da holen, oder was? Bitte machen Sie die Öffnung frei. Oh... Oh... Ja Erstmal runterkommen hier Alter Leute Ich hab schon gedacht So eine komische Folge Aber so ist es halt Muss auch mal scheiße sein Muss auch einfach mal scheiße sein Der Wasserregulator ist da oben Ich lach mich tot Können wir ihn hier irgendwo unsichtbar machen oder so So ich probier es jetzt nochmal Wenn der Wasserregulator da irgendwo zu holen Ist irgendwo da oben Wie soll ich denn da hochkommen Hä Ich weiß gerade nicht wie ich da oben hochkommen soll Das wird mir da oben irgendwo angezeigt Ich hab keine Ahnung wie der jetzt hochkommen soll Mach die Tür auf So jetzt reicht es mir auch Ich will schon noch zuvor jetzt geht weiter Ich weiß noch nicht wie ich da oben hochkommen soll Morgen Dr. Igwe Sind Sie in der Nähe der Besatzungsquartiere? Falls ja Hab ich eine sentimentale Bitte Meine Sammlung Die Fotos über die die anderen immer lachen Jedes Bild ist ein Dechiffrierungsschlüssel zu einem Satz Neuraldaten Konnektome Der Gäste die auf der Station waren Unter anderem von Leitner Dem Pianisten Äh Ist jetzt tot Von da komm ich doch oder? Diese Fähigkeiten dürfen nicht verloren gehen Das ist alles was von Ihnen bleibt Bitte morgen Ich wäre dankbar wenn Sie Ich schicke Ihnen eine Audiodatei Die den Tresor in meinem Raum öffnet Sie können sie mit ihrem Transcribe wiedergeben Was soll er denn jetzt von mir? Ich schaffe bis zu auf Leitners Connectum Was? Aus Doktor Besatzungsquartiere Ich gehe jetzt hier hin Ah ich hab keine Ahnung Das ist echt Sehr beschissen gerade Ich soll noch nicht spielen Wenn ich schlechte Laune habe Und es zu warm ist Und ich mir hier gerade Meine Birne hier Durchblühen lasse Aber naja gut So ist es halt Vielleicht hilft einem ein bisschen Eisen So ist es halt hinne So jetzt bin ich hier Äh Wo bin ich jetzt hier? Morgen Ich habe die Ankündigung gehört Nein nein Ich gebe sie nicht auf Sie waren für mich da Und ich bin für Sie da Wenn Sie so nett wären Hätte ich einen Vorschlag Der uns ohne weiteres Blutvergießen Von der Talos 1 wegbringt Hier bin ich auch falsch Tun Sie Dahl einfach nichts an Bevor wir ihn persönlich sprechen können Ja hier bin ich falsch Ich muss zu den Quartieren kommen Ich weiß gar nicht wo das war Wo war das denn nochmal? Genau auf der anderen Seite glaube ich Muss ich einmal durchlatschen glaube ich Das Arboretum Arboretum Was ein Name ey Also ich probiere es jetzt nochmal Und sonst muss ich hier gleich erstmal abbrechen Und dann wird das Die beschissenste Folge von Prey bei mir Na gut Aber es ist halt so Keine Ahnung Es ist einfach dreieinander hier Überall noch Nebenquests ey Immer was kommt da irgendwas dazu ey Aber nervig Nervig in dem Sinne Dass ich jetzt im Moment Eigentlich habe ich eine Konstellation Äh Hier spricht Alex Hiro An alle Überlebenden Ich weiß dass viele von Ihnen Angst empfinden Und Wut Vielleicht geben Sie mir die Schuld dafür Aber ich Das müssen Sie mir glauben Ganz im Gegenteil Commander Dahl dagegen hat kein Interesse Irgendetwas zu retten Bis auf die Geheimnisse Anbord dieser Station Boah Das ist scheiße schon Eine Belachtung für die Firma geworden Dahl Ich weiß dass Sie mich hören können Ich weiß nicht was mein Was der Vorstand Ihnen gesagt hat Aber Sie sind dem nicht gewachsen Rufen Sie Ihre Operator zurück Oder Helfen Sie uns wenigstens Die Typhon zurückzudrängen Wir sind kurz vor dem Oh Das stimmt Ich höre Sie Wie Sie an den Kabeln knabbern Und in die Ecken scheißen Versuchen Sie Ihr Chaos zu retten Oder sich aus dem Staub zu machen Ich bin auf alles vorbereitet Aber das Das ist wahrhaftig ein Meisterwerk Sie können stolz sein Okay Es ist wie gesagt Alles sehr durcheinander Aber Wir müssen kurz Erstmal weiter Überall kommt immer was Reingeflogen hier Ja da bin ich richtig Besatzte Portiere Da muss ich die Gustav Dings holen Und ja mal schauen Wir haben bestimmt auch wieder Einen Millionen Viecher durch die Gegend hier Ah egal Ehe ich spiele weiter So vielleicht kommen wir gleich mal ein bisschen Gewitter hier Das wäre ganz schön Brauchen wir ein bisschen Abkühlung hier Komm Ist jetzt aber noch keine einzige Quest erfüllt Sondern haben wir immer nur neue dazu gekriegt Gut oder? Die Bitte des Kochs Ziel fehlgeschlagen Ja Das ist ja gut Ja ich hab's kapiert Ich muss es nicht tausendmal anzeigen Jetzt hier Dann ist es halt eben fehlgeschlagen Ja egal Töte den falschen Koch Okay Hä? Aber gut Hat sie mir auch vorhin aufgetragen gehabt Oder vorhin ist gut Hat sie mir auch mal gesagt gehabt Ja Gut Koch ist tot Das heißt Ich kann da hinten nicht mehr In den abgesperrten Bereich rein Wo er irgendwas geben wollte Alter Scheißvieh Irgendwas Wischen wir sie mal So ich muss erstmal jetzt irgendwo irgendwie hinkommen Irgendwo Da zum Beispiel Das sieht ja ganz angenehm aus Noch irgendwas zum recyceln Nein Gut ist immer gut So kurz speichern Ich weiß gar nicht was Was ist das jetzt zu hinkommen? Ja Neff Noch ein Anruf Jo Okay Morgen Oh Gott sei Dank Ich habe versucht irgendjemanden aus meiner Kontaktliste zu erreichen Ich bin im Traumazentrum Ich wollte hier Vorräte suchen Ich hab mir beim Stromausfall den Arm gebrochen Jetzt sitze ich fest Aliens vor der Tür Könnte hier wirklich Hilfe brauchen Oh noch einer Ich habe keine Muni mehr Das ist wie schlimmer Ist das jetzt meiner? Nein das ist nicht meiner Wieso ist das denn? Sie repariert auf jeden Fall nicht die Roblox ey Boah wie doof Ich habe zwei Geschütze Eins zumindest Oh wo muss ich denn überall hin hier? Ich möchte eigentlich gar nicht Automatisches Auslöschergeschütz 0.7 Dann probieren wir das jetzt mal Hier soll ich noch nicht so Oh Muni So Tür zu Das Phantom rennt da immer noch rum Ah scheiß Brauch ich noch ein Kohlschlepp für? Ne Mist Erstmal speichern Und dann So Komm ich noch in den Schleppern rein Glaub ich Ja Nur mit zwei Kräften erstmal Niedergestreckt Und dann Wow Das gibt es nicht Oh 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 Da war ich schon drin Bin ich auch schon drin Äh Äh Hier war ich auch schon drin Wo ist denn das? Hallo Ah Hier Hallo Das verstehe ich jetzt gar nicht Da wird vier Meter angezeigt Aber ich sehe es nicht Was ist denn hier los? Hä? Äh Ja Leute Ich weiß gerade nicht Wo ich da hin muss Was hat er mir denn gesagt? Ja Ich bin doch genau da Hm Das ist sein Kaffettier 104 So Da ist das Ding angezeigt Aber ich kann nichts mitnehmen Ich raff's nicht Hallo Ja Stopp Ja Das war ja wieder super 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 Sache Ich bin noch mal kurz rüber Wieso Das ist alles Ja Neige Hier war ich auch schon mal drin oder? Ach man Da hätte ich keine Karte für Da war ich auch schon drin oder? Ja Da war ich auch schon drin oder? Ja Da war ich auch schon Ja Wie gesagt Die Folge tut mir leid, die ist echt gerade bescheiden Ich weiß auch nicht, warum ich da hinten die Leitner-Connect-Tum nicht mitnehmen kann Ich hab keine Ahnung, warum das so ist Muss ich selber nochmal googeln, ob das irgendwie ein Bug ist oder so Oder keine Ahnung Auf jeden Fall ist das ganz schön nervig Ah, Scheiße Äh, erstmal zu morgen kommen, ey Oh, es ist halt gedrückt Ey, ah, oh, oh, ah, ah, lass was Da kommt noch einer Ah, es geht dann gleich weiter Ah, es geht dann gleich weiter Ah, wieso schießt du nicht? Alter So, ich hoffe mal da hinten, der Raum ist noch okay Und ich kann ja meine Sachen noch eben aufrüsten Da ist der Koch auf jeden Fall schonmal tot Alter So, jetzt hab ich ihn noch eingesetzt Das ist immer wieder toll, ne? Hä, hä, hä Hä, hä, hä Hä, hä Hä, hä, hä Küchenzugang Küchenzugang Hm Wesen Da hatte ich schon immer recht Sie sind wie eine Ratte Erfinderisch Gerissen Aber ihr Geist ist Verseucht Diese Station Ist ihr Labor Das Experiment war ein Fehlschlag Und natürlich wissen sie, was mit Ratten passiert Wird nicht länger gebraucht werden Ich werde mal reden 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 Wir suchen nur das Älteste Patientekriebsfleisch Frisch auf der Plastikauffüllung Und mein Älteste Fleisch Nicht zu unterscheiden Wurde mir gesagt So, ich hoffe mal das reicht so So, mal gucken Salzen Ahle So 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 Äh Zeitkräfte auch mal auf Puschen hier So Mein Speichern Kann ich mal direkt einen Speicherpumpf setzen Oder? Hauptspeicherpunkt Sozusagen Ach ja 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 Jetzt habe ich irgendwie eine Karte neu erhalten Gehen wir nochmal kurz eben weiter Weil eigentlich bin ich komplett falsch Wie gesagt Ich kenne den Gustav Dingsbums da Eigentlich wollte ich nicht mehr nehmen Das ist irgendwie Igwe Hat nicht funktioniert Kann ich ihn doch auch mal anders machen? Nee, ne? Ich habe jetzt die Karte für die Küche Was? Da bin ich ja jetzt gewesen Hm Alles bisschen komisch Ich hoffe nicht was da hinten los ist Ich gehe da nochmal kurz hin Äh, jetzt Was? Warst du geil? Ich weiß nicht Ja, hier ist aber nichts Wie gesagt, ich habe keine Ahnung was das soll Keine Ahnung, kann ich hier irgendwie rein? Nee Fitnesscenter Wollen wir da rein? Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung Wollen wir denn noch mal kurz hin? Ja, ich habe keine Ahnung Ich bin mal kurz hin Jetzt nehme ich an Ich habe noch mal kurz hin Oh, das ist ja Wo bin ich denn hier? Vorstandsetage, da war ich noch gar nicht Aha Morgen you Ich bin ein paar Mal Nein Nein Hm. Gedächtnisprotokolle? Calvino, Kollege. Ihm wird nichts auffallen. Eidetisches... Jetzt können wir das alles anhören, okay? Mach ich jetzt aber nicht. Das ist mein Quartier, okay? Alex, you? Okay. ... ... ... ... komisch 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 da gibt es nur das loot schon mal nett so jetzt kann ich erst mal was anderes machen und zwar meine neuro mods beim einsetzen wenn ich meine waffen stärke kriege immer falsch 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 so hier das hier nämlich so und jetzt kann ich meine waffen auf nutzen ja auch mal verblicken jetzt gerade mal richtig unkonzentriert tut mir leid tut mir leid wie viel habe ich denn acht stück habe ich mache ich hier ein besser und nachladegeschwindigkeit auch so ich glaube ich macht zwei habe ich noch präzision das sieht doch fein aus das war jetzt die vorstandsetage also ich und mein bruder ich weiß nicht wo ich hin soll so jetzt gehen wir erst mal wieder raus warte mal da oben warte mal ja ich weiß auch nicht wo soll ich jetzt hin wo muss ich hin was muss ich machen aber so viele sachen offen ich weiß nicht wo das alles ist dann kann ich da irgendwie aus der luftschleuse irgendwo raus und ich gleich erstmal wieder irgendwie zur lobby komme zum beispiel zur lobby muss ich auch noch mit meinem büro nimmer kommen zur lobby muss ich ja eigentlich noch na verdammt war nicht so einfach hier das spiel gesagt wenn man nicht konzentriert ist dann war es das und ganz wichtig ist echt immer looten und dann recyceln und dann sachen produzieren sonst habt ihr echt die acker wenn ihr das vergesst jetzt kommt die noch mal runter ne ist klar mit der shotgun kein problem das war gut aus oder aufgemockter shotgun jetzt muss ich mal kurz für siegel außen rumpfen muss ich mal gucken hauptaufzug da können wir auch noch mal hingehen lobby da geht's der lobby da will ich eigentlich hin irgendwo war gar nicht so schlecht da wurden gerade alle gefrackt von dem ab Voilà muss ich oben da ich das viel besiegen irgendwie mal schauen dass ich das schaffe und dann wo ich bin eigentlich zu lobby aber ich bin ein bisschen verwirrt aber richtig na ich weiß es noch kurz weiter dass man das gesehen haben wir ja aber es wird echt nicht einfach aber wie sagt mir was aber jetzt bei der schock dann glaube ich hoffe ich komme ich gut voran jetzt und schießt mal über den haufen hier dazu meine da ja da ist vielleicht nicht aussehen und zwischendurch hat er sie noch umprogrammiert faszinierend und erschreckend ich kann den code patchen sollte kein problem sein nehmen sie den aufzug wenn sie schnell die hauptdecks der talos 1 erreichen wollen es gibt einen stopp in der lobby und der lebenserhaltung ok jetzt referiert oder nicht ach so okay sorry ja cool ich bin ja recht fix aber wie gesagt ich habe kein upgrade und jetzt auch ja dann die stationsleitung meldet alarm begeben sie sich unverzüglich zum nächsten sammelpunkt und warten sie auf weitere anweisungen auf jeden Fall ich habe gerade ein bisschen schiss da raus zu gehen um A zu sein ich habe das nicht zu mitnehmen schade ich habe das nicht zu tun Nicht gut, was hier gerade abgeht. Gar nicht gut. Hier ist das, hier ist das Exhaust. Aaaaah Uah Hä? Oh oh Wo geht's denn hier hin? Na, robotabteilung? Ne, da will ich nicht hin Äh, scheiße, scheiße, scheiße Wie geht's? Na, Abteilung? Bei Verlust von Atmosphäre oder Wehrkraft und im typischen Notheim, begübe Sie sich bitte zum nächsten Sammelpunkt Guck ich hier denn jetzt, also, hä? Das ist echt die Durcheinanderfolge überhaupt hier Läuft Nichts gesehen Ich kenne ja die Taschenlembahn waren auf D? Ne Keine Ahnung Ah, ist noch Mist Da ist nichts So IT-Security, da waren noch zwei Phantome die rumgenervt haben, das weiß ich noch, die habe ich erst mal stehen lassen damals Hier war ich auch noch nicht Wo ist das? Achso, ah, hier, ok Da ist mein Büro, da wollte ich auch hin Geil Kommen wir hier Irgendwie anders Ja, wir kommen hier anders Moin, Leute Morgen, ich habe ihr Terminal benutzt War ok, hoffe ich Schickes Ding Sowas hätte ich gerne in der Technik gehabt Ich habe mir erlaubt, ihre Vorräte aufzustocken Essen habe ich auch entdeckt Liegt auf dem Tisch Keine Sorge Habe alles überprüft Ist vor Aliens sicher Zappelt nichts Seit ihrem Vortrag über meine Paraplexie war ich nicht mehr hier drin War ganz sicher, sie würden mich feuern Nur, dass sie leider eindeutig auf mich standen Hünker, bitte Jetzt haben mich beide voll gelabert Ich habe nichts mehr gekriegt Naja, gut, aber Ich frage mich manchmal, ob Dahl schlimmer ist als die Typhon Das ist doch schon mal gut hier, ey Bin ich da, wo ich sein will? Ordentlich, das ist schon mal gut So, wir haben uns beide recyceln hier Echt super, wie sah das? Freut mich, dass ich hier bin Super Sache Was kostet die Medikits? Was kostet die Medikits? Einen von denen? So Na doch ein bisschen abgeschlossen Jetzt sind wir was im Schrank Oh Ups Die goldene Schrote Oh nein Ich habe sie übersehen Wat ein Fehl Oh nein Shit Jetzt habe ich die andere schon aufs Gerüstet komplett Na ja gut Oh kacke Kann ich das auch wieder rückgängig machen? Wahrscheinlich nicht Joa Super Ihr Büro ist relativ sicher Kommen Sie zurück, wenn Sie sich ausruhen Oder den Fabrikator benutzen möchten Ausruhen ist immer gut Verdammt Warte mal, wie ist das jetzt hier? Joa Pech, ne? Also da war die drinnen Ich habe es die ganze Zeit nicht gesehen gehabt, ey Oh man Naja, passiert halt Wenn man halt Das Spiel Nicht so aufmerksam spielt Ähm Jetzt mal kurz heilen und so Und dann bin ich erstmal durch hier Das reicht dann auch her Einsatzzeile Nein So Ja Leute Das war die Chaos-Folge Ähm sorry dafür Aber so muss es auch mal sein Oder auch nicht Also eigentlich ist es gar nicht so gut Ähm Jetzt habe ich immer noch die beiden Hauptziele Zwei Nebenaufträge habe ich glaube ich abgeschlossen oder was Da habe ich noch ganz viele Nebenaufträge Aber so sieht es im Moment aus Und das machen wir demnächst Jetzt gehen wir das an Und dann hoffe ich mal Dass das auch passt Hol die AX-Zun-Schlüssel Wo ist denn der da? Shuttle-Doc Da muss ich hinkommen irgendwie Das nehmen wir als nächstes Im nächsten Schritt Danke viel Bis hierhin fürs Zusehen und Zuhören Bis demnächst ner Tobi Negativ Nke Nk 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 Tobi Nk 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 Untertitelung des ZDF, 2020